joho meine kleinen Farmer herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gibt es wieder ein bisschen ls 17 fun den ihr auch hinter multiplayer mal ausprobieren könnt ich befinde mich hier gerade auf einem feld und ja hier haben wir einen lilanen new holland cr 1090 auf jeden fall auch ein böses gerät aber um den geht es heute nicht es geht um was anderes und zwar um auch ein new holland aber in etwas anderen nämlich dem new holland powerball powerballer besser gesagt so wir kaufen den einmal kurz ich switch mich mal kurz durch oder warte mal ich kann eigentlich direkt hier oben hin gehen soll das müsste der hier sein genau einsteigen so das ist unser new holland powerballer 540 ich weiß jetzt nicht ob es diesen mod auch im echten leben gibt aber ihr werdet es gleich auf jeden fall sehen sobald wir beim feld angekommen sind ich habe überlegt da das immer so gut ankommt können wir sagen ab 200 likes schicke ich euch den download link in die video beschreibung deswegen einmal alle daumen nach oben die diesen mod auch haben wollen bislang sieht er ja noch ziemlich unspektakulär aus aber gleich seht ihr auf jeden fall was dieser mod schönes kann so wir sind jetzt hier gerade am feld 9 und müssen zu feld 27 wo unser medrescher steht wo wir gerade noch waren ich würde sagen wir fahren einfach mal querfeld ein einfach durch schild durch ist auch mal okay so also von der innen ansicht auch mega nice ich weiß leider nicht ob es dieses fahrzeug im echten leben gibt keine ahnung ich habe den gesehen und dachte mir so moment mal das hört sich schon cool an testeste den einfach mal ja und das ist dabei rum gekommen ich habe mir jetzt gedownloadet und finden auf jeden fall ziemlich cool ich schaue mal ob ich den vielleicht noch ein bisschen tune weil die höchstgeschwindigkeit ist nicht ganz so cool 53 km h ist jetzt nicht so die welt und das was er kann das ist auch noch nicht so extrem krass also es ist schon ganz nice aber das kriegen wir noch besser so ich fahre schon mal ein bisschen schräger weil da hinten ist das feld wo wir hinwollen deswegen außerdem gibt es heute haben wieder ein live stream what the fuck warum leckt es leicht dort machen wir dann wieder ein bisschen multiplayer fahren ich habe ja ein kleines fußball video gemacht das kam auch sehr gut an bei euch allerdings der live stream dazu war ein bisschen fail weil dort gab es probleme mit dem platzierbaren objekt also dem ball das liegt jetzt aber nicht an dem ball sondern irgendwie am spiel landwirtschaftssimulator weil das ist wohl schon länger bekannt ist das problem von dem spiel so ok freunde wir sind jetzt hier so ich mach mal kurz die minimap aus rundum leuchten an weil wir schon ein bisschen krasser sind sag ich mal so wir klappen jetzt die ballmaschine mal auf so v zum absenken und dann fahren wir jetzt mal hier entlang freunde achtet mal achtet mal achtet mal jungs krass was ist das denn für ein krankes gerät guckt euch das mal an wieso fährt er denn so schnell der fährt übelst schnell what the fuck freunde was war das denn was ist das was ist denn das für ein krankes gerät das ist ja mal mega nice ist ja nicht mehr jugendfrei guckt es euch an da guck mal wie schnell der fährt wir brauchen gar nicht mehr weh drücken weil der beschleunigt sich selbst so schnell das ist übelst heftig freunde guckt es euch an wie schnell er einfach beschleunigt alles klar what the fuck oh bitte nicht bitte nicht nochmal überschlagen das wäre ein bisschen fehl krass freunde alles klar what the fuck warum geht das denn nicht runter ist einfach ein übelstes biest muss sagen das ist schon sehr sehr witzig dieser mod also freunde wenn ihr den mod haben wollt lasst mal einen daumen nach oben da schreibt eure meinung in die kommentare was ihr von so einem blödsinn haltet von der ballen kanone hier und ich werde mich jetzt erstmal noch ein bisschen damit beschäftigen weil das sieht schon extrem krass aus freunde schaut es euch einfach mal an übelst heftig mit was für einer geschwindigkeit der die da raus schießt das ist mega krass so freunde das war's mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns im nächsten video wieder macht es gut freunde bis dahin ciao